Jetzt will ich unserem Manga-Fan F*** Ich kann nicht springen Ich blöd muss springen anscheinend Ah, das war so klar Wo war der? In dem Haus, ja Ja, ey, ich war doch bei... Ich war doch volles Leben Du hattest volles Leben? Bei mir schon, ja Bei mir warst du im Spectator voll damaged Auf deiner Seite die Treppe nach oben Ich bin schon wieder tot Oben Er ist schon runter zur Fahne Oh, Tweet-Aim ist ja pervers Jetzt bloß nicht nachlassen Nauskopf Wieso nicht so, als hätten wir auf der Show filmt Nauskopf ist du einfach Mhm, ist overpowered Der Boss Meinerseits ist eingegangen Bin bei dir Mach weiter Druck Ach komm! Der ist bei mir gerade ins Haus reingelaufen nach oben Ja, Tweet, du hast jetzt echt sowas von drauf Zehn Sekunden Der andere hat bei den, bei den Gegnern hat's überhaupt nichts drauf Nur er kann was Der andere hat bei den, bei den Gegnern hat's überhaupt nichts drauf あ Und jetzt bin die nächste Runde 2 Siege, mach weiter Druck. 2 Siege, mach weiter. 2 Siege, mach weiter. 2 Siege, mach weiter. 3 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 Siege, mach weiter. Kennst du den? Ne. Oh mann. Haben wir Rauchgranate oder Blankgranate? Wir haben den Vorteil, behalten Sie. Löschen Sie aus. Fuck, ich hab ihm schon wieder im Chat, im Partychat geschrieben. Jaja, der geht doch nicht. Oh, schade, das hätte er auch echt klappen können. Der Party hat es schon. Beide sind links. Miss. Zehn Sekunden. Was soll die Scheiße denn? Der sieht mich eine halbe Sekunde lang. Bereit machen. Das ist so dumm. Los, holt euch eure... Warum? Wir haben diese Runde verloren, aber wir sind noch nicht tot. Bereit machen. Das ist so dumm. Tui. Nicht bitte immer sofort sterben. Ach ne. Stell mal auf. Was soll die Scheiße denn? Hey, fick doch deine Scheiß-Mama, du kleiner Wichser. Links. 10 Sekunden. Rechts und ihr. Nice. Eins. Wohren. Sie sind angeschlagen, geht aufs Ganze! Oh Gott. Komm zu dir. Einer ist mittig. was mit dem Scheiß yes Scheißrutschen ganz ehrlich ja es ist so nervig lol bei mir sollte es jetzt eher so aus als würde er daneben gegangen sein weißt du denn wo er ungefähr ist ja ganz hinten rechts jetzt ist er zu mir rüber 3 in folge leichte Beute mach sie kalt Scheiße ja ganz richtig eine Viersiegsserie ihr habt die Wetterung aufgenommen das ist Matchball zeigt ihnen was Jackals können sie tauschen ja boah leck mich am Arsch war das knapp ich hab beide auf deiner Seite ja der ist hinten irgendwo ja kann so richtig jetzt läuft der links Achtung er kommt gleich ja ja sehr schön ein brutaler Sieg ich hab nie ich hab gesagt ich sehe unsere Chancen gering bei einem der 112 und 155 ist ja ja tschuldig ich mag noch im ersten mal probieren ob wir einen mal cross der Map schon haben ja der macht mich wahrscheinlich gleich her ich spring eines neben die Säule einen hab ich ich hab den Armer gehittert in einen sie nützt nicht mehr ich auch nicht er muss auf definitiv auf deiner rechten Seite sein oder noch ganz hinten muss eigentlich immer noch bei dir rechts sein muss eigentlich immer noch bei dir rechts sein irgendwo wieviel Leben hattest du noch war eigentlich in live ok denn meiner ist nicht da zweimal gehittet und antippen ich glaub einer ist oben meiner Seite beide jetzt oben Ah der steht noch da fuck wo war der? ja der war noch oben und ich hab ihn nicht gesehen also nicht hier oben ja lol sondern hinten oben schmeiß dein C4 vielleicht in den Container rein pfff das war klar ich hätte da ehrlich gesagt gewartet und dann? ja also ich hätte das C4 rein geworfen und dann wenn du siehst dass dass sie es einnehmen sofort zünden sofort zünden ich hasse die Waffe ja es ist schwierig beende die Mission Soldat du bist der Löschwetter super wir haben den Vorteil und müssen ihn behalten auch das ist wunsch endlich noch der wunsch in das ist her das ist das war es die der hat mich fast Der ist links oben, also oben. Der hat die Inwo auch ab einmal gehittet. Was haben wir, Sekundärwaffe? Eingekäft, nice. Oh Gott, der war geil. Aber du hast den schon ein bisschen gehittet, sonst wäre der nicht so... Ja, mit der Granate habe ich ihn gehittet. Sonst würde ich Einsatz sehen. Deine Waffe, hallo? Ja, heißt nichts. Keine Fernkampfwaffe. Oh Gott, ganz links bei den Reifenstapeln, bei mir. Sehr gut. Du hast Rauchgranate, glaube ich, oder Blankton und Molotop. Schön gemacht, wie? Schön gemacht. Sehr schön. Siehste? Deswegen vertraue ich dir auch mal so eine Runde an. Er hat mich vorher schon... Wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast es gut gemacht, weil durch den Brand konnte er nur nach oben gehen. Das heißt, es war eigentlich klar, dass er da kommt. Ich habe eigentlich erfahren, dass ihn was gehen geworfen. Ich habe es mir gedacht. Ich habe seinen Schatten gesehen. Hä? Fuck, Idiot. Der war wieder bei dem Reifenstapel. Rechts von dir. Ja, da ist er immer noch. Oh, schade. jetzt wie er so dass das war jetzt mehr also das war jetzt keine gute leistung aber es ist doch ganz ruhig ich gehe auf die andere aber sie hätten mich sofort mit dem anderen teil er war oben aber er hat mich mit dem teil gekippte da wenn dann ist er so ne ich glaube eher links linke seite glaube ich hier nicht hinter dir da oben links ich habe gesagt oben links das mit dem reifen stapel das ist eine runde davor gewesen mein freund sorry ich hätte mich genauso gut auch mit hitten können ich habe ihn einmal gehiltet aber natürlich ist es kein one shot bei mir zumindest nicht bistolle soll man ein herzchen malen also ich habe ein herzchen gemahlen ich könnte mir vorstellen bei den reifen stapeln wieder ja bei den reifen stapeln ist er irgendwo glaube ich dachte ich bei mir nicht ey der ist one shot treppe linke seite roter container sehr gut er ist hinter dir rechts von dir schön Tui schön aber das war doch mal eine super ansage oder ja im auskopf natürlich ne tja 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 tja